Seid gegrüßt. Season 4 ist jetzt drei Wochen alt, genau am Dienstag vor drei Wochen ging es los. Und viel wichtiger, Vitablo ist jetzt ein Jahr alt, denn ich habe vor einem Jahr zum D4 Release meinen Kanal umbenannt in Vitablo und habe ja das Ganze dann als Projekt angesehen, wo ich wieder Vollzeit eingestiegen bin. Vor dem D4 Release habe ich das ja nur als Hobby nebenbei gemacht und ich kann sagen, es läuft gut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen, dass ihr das ermöglicht und es wird weitergehen, nur mal so nebenbei. Aber es geht heute um Season 4 und es ist auch ganz schön zum Geburtstag von Vitablo zumindest, dass wir auch mit so einer tollen Season das erleben dürfen. Ich habe ja von Anfang an, als ich diesen ersten Kämpfer-Hastream gesehen habe, da war ich ja voll dabei bei Season 4. Da waren meine Erwartungen übertroffen. Ihr erinnert euch vielleicht auch noch an Jesses Video oder an seine Ankündigung, wo er gesagt hat, hey, das wird euch alle vom Hocker hauen und ihr könnt mir entfolgen, falls ihr das nicht so seht. Und ich war tatsächlich komplett gehypt. Aber es war wie immer trotzdem in den Kommentaren ausgeglichen. Es gab immer noch ganz viele, die gesagt haben, hey, für mich reicht das nicht. Diablo 4 ist für mich Geschichte, das ist tot. Und deswegen war ich sehr gespannt, wie Season 4 dann am Ende wirklich einschlagen wird, wie es laufen wird. Ich hatte auch damals gemeint, Leute, spielt erstmal Season 4 diese neuen Item-Änderungen, die werden richtig Spaß machen. Ihr müsst es aber erstmal einfach spielen, um das auch richtig aufzunehmen. So, und wie ist es jetzt gelaufen? Drei Wochen nach Season Start kann man da nämlich schon mal drüber reden. Denn die vergangenen Seasons, die sind zum Beispiel Season 1 und 3 vor allem, die sind nach drei Wochen schon ziemlich am Abkacken gewesen. Aber ich werde mich heute vor allem auf Season 3 fokussieren, weil das eben die Season ist, die genau eine Season zurückliegt. Und weil Season 2 Twitch-Drops aktiviert hatte und dadurch auch die Zahlen alle so ein bisschen fake waren, sage ich mal. Denn ich werde heute auch unter anderem auf YouTube-Zahlen, auf Steam-Zahlen, auf Twitch-Zahlen gucken. Die offiziellen Spieler-Zahlen haben wir nicht von dem Bnet-Launcher. Und alle Seiten, die da irgendwelche Zahlen angeben, das stimmt alles nicht. Das ist alles nur geraten, geschätzt, was auch immer. Aber es gibt keine offiziellen Zahlen, wie viele Leute wirklich D4 spielen. Aber man kann mit ziemlicher Sicherheit die Tendenz erkennen, ob es steigt oder sinkt, wenn man auf die ganzen anderen Zahlen guckt, die man so zur Verfügung hat. Und heute geht es ja vor allem um die Tendenz, drei Wochen nach Start, ist jetzt eigentlich immer noch Interesse da? Spielen irgendwie noch Leute oder ist die jetzt eigentlich auch schon wieder tot? So wie das relativ viele gesagt haben, dass die nach ein, zwei Wochen tot sein wird, genau wie alle anderen Seasons. Und es ist immer normal in solchen Spielen, dass die Spieler sinken und sinken und sinken nach Season Start. Das ist vollkommen normal. Die Frage, die entscheidende ist, wie schnell sinken die? In PoE, zum Beispiel die Season, die irgendwie im Dezember gestartet ist, da haben die Spieler ewig lang einen hohen Wert beibehalten. Während die Season danach in PoE einer der schlechtesten war, wo die sehr schnell gesunken sind, die Spieler, im Vergleich zum Season Start. Und heute gehen wir da mal rein. Was habe ich denn da so für Zahlen? Wir legen mal los mit einer der Zahlen, die mit am, also die halt wirklich auch stimmt, weil sie von Steam kommt. Und Steam ist allerdings nicht die Hauptplattform und nur ein Bruchteil der wirklichen Spieler sind auf Steam. Und trotzdem ist dieser Bruchteil eine verdammte Menge, weil das einfach auch noch über 20.000 sind. Und vor allem ist das ziemlich stabil. Man muss sagen, vor zwei Tagen ging das wieder nach oben. Und das liegt, denke ich, daran, dass Steam ein, also das Diablo 4 im Angebot ist. Denn das kostet aktuell auf Steam nur 35 Euro. Und das ist ja schon auf jeden Fall ein Schnäppchen für das Spiel, sag ich mal. Und ich vermute, dass die vor zwei Tagen losging, die Aktion, und deswegen hatten wir den Spike. Aber wenn wir das auch ignorieren, sag ich mal, die letzten zwei Tage, ist das trotzdem ein sehr stabiler Verlauf. Also wir haben vor drei Tagen den Spike, der ist genauso hoch wie zum Season-Start. Und das ist schon mal eine Ansage, dass das so stabil ist. Und natürlich ist es aber nicht repräsentativ für die Spieler auf Blizzard, Launcher und so weiter. Aber trotzdem kann man an diesem Chart schon mal erkennen. Denn ich sag mal so, die Stichprobe hier, die ist recht groß. Über 20.000, das ist schon eine Stichprobe. Und die Tendenz hier, die müsste eigentlich auch dann ähnlich sein wie bei dem Bnet Launcher. Wenn wir jetzt einfach nur gucken, sinken die oder steigen die oder bleiben die gleich. Und diese Tendenz hier ist schon mal das Wichtigste für mich. Also nach drei Wochen ist das immer noch eine stabile Spielerschaft auf Steam. Und das könnte sein, dass das auch dann auf dem Bnet Launcher ähnlich ist. Wir kommen zum nächsten Thema. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass einfach eine Korrelation besteht zu den Spielerzahlen. Es geht um Twitch-Zuschauer. Wir können anhand der Zuschauer zwar nicht herleiten, wie viele Spieler wirklich aktiv sind. Aber die Tendenz, wenn die Twitch-Zuschauer sinken rapide, dann ist das ziemlich sicher, dass auch die Spielerschaft ziemlich rapide sinkt. Also da ist eine Korrelation. Und das liegt nun mal daran, dass die Leute, während sie zocken, gerne den Stream schauen. Auch von einem Diablo-Streamer. Und wenn sie irgendwann aber das Spiel nicht mehr spielen, dann interessiert die nun mal auch der Stream nicht. Deswegen wird da gerade die Tendenz ziemlich ähnlich sein. Und wenn wir uns da mal Season 3 anschauen. Das ist jetzt hier von Salignome. Und das sind die Twitch-Zahlen von Diablo übergreifend, sprachübergreifend. Also Diablo 4 natürlich. Aber es geht um alle Sprachen Deutsch, Englisch, komplett zusammenaddiert. Und diesen Season Start Peak, um den geht es mir jetzt gar nicht. Deswegen steige ich hier vor allem direkt eine Woche nach Season Start ein. Damit wir dann so den Verlauf sehen. Und da ist nämlich der erste Punkt hier mit 11.000. Das ist also so die Spitze von dem Tag. Eine Woche nach Season Start und drei Wochen nach Season Start, da wo wir jetzt heute ja sind. Ist die nochmal um 63% gesunken. Von 11.000 auf 4.000. Und man muss sagen, 11.000 ist auch nicht viel. Aber 4.000 ist gar nichts. Und da war noch kein Last Epoch am Start, keine PoE-Season. Das ging erst später los. Also da müsste eigentlich Diablo 4 noch so das Spiel sein, wo die Leute eigentlich gerade rumhängen, die gerne ARPGs spielen. Und wie sieht es in Season 4 aus? Da habe ich jetzt einen ähnlichen Zeitraum. Und dort bin ich auch wieder eine Woche nach Start eingestiegen. Erstmal diese waagerechte Linie. Die habe ich bei beiden reingehauen, weil die nämlich an der 20.000er Grenze ist. Da sehen wir also, alleine bei Season 4, das Gesamtniveau ist einfach viel höher. Und es gab keine Twitch-Drops, wie gesagt. Twitch-Drops, die geben quasi eine Belohnung. Wenn du Streams schaust, dann sind die immer höher, die Zuschauer. Aber gab es nicht in beiden Seasons. Und in Season 4 haben wir also ein höheres Niveau. Und eine Woche nach Season Start sind wir da bei 24.200. Das Spannende ist aber, drei Wochen danach sind wir immer noch bei 18.800. Und das ist gerade mal ein Einbruch von 22%. Und wenn man das vergleicht, dann kann man auf jeden Fall sagen, dieses Season, drei Wochen nach Start, hat einfach noch viel, viel mehr Interesse und Spieler als Season 3. Und damit ist auch klar, hey, die Season ist nicht nach einer Woche tot. Denn das hier ist einfach ein harter Beweis. Wie sah das bei mir persönlich aus? Da war es eigentlich noch krasser. Denn Season 3 auf Twitch war bei mir so, da ging es auch mit so über 1.000 los. Und dann der letzte Tag am 7. Februar. Und danach habe ich sogar aufgehört mit der Season. Da habe ich dann wirklich erstmal was anderes gespielt. Da war ich bei 500. Das ist also wirklich die Hälfte gewesen so vom Start. Und wie sieht das in Season 4 aus? Und das ist absolut Wahnsinn. Es bleibt einfach gleich die ganze Zeit. Also der Season Start und selbst jetzt ist es einfach identisch. Also die Viewer sind bei mir sogar das noch krasser. Die sinken gar nicht. Also Interesse ist absolut Wahnsinn. Und zuletzt auch nochmal jetzt bei mir was Persönliches. Also meine persönlichen Stats, weil es bei YouTube einfach nicht so viel öffentliche Daten gibt. Und deswegen nochmal meine YouTube Stats. Die rote Linie ist wieder bei beiden dasselbe Niveau. Das sind 25.000. Da sehen wir einmal Season 4 ist einfach viel höher. Die ganze Zeit ist viel, viel höher. Aber das Entscheidende ist vor allem, wie sich Season 3 entwickelt. Und ihr seht ganz rechts am Rand den absoluten Einbruch. Die Leute haben keine Videos mehr geschaut. Es gab nicht mal mehr Themen, um Videos zu machen. Es war einfach Schluss. Es gab nichts mehr zu sagen. Während Season 4 jetzt auf einmal sogar bei mir am Ende den Rekord in dieser Season sogar aufgestellt hat. Wegen News und Guides und Herzsucher kam auf einmal noch. Und jetzt kommt auch noch Bashwab. Es geht immer weiter. Es kommen noch Druidenbilds. Es hört gar nicht auf. Und das sind alles auf jeden Fall klare Beweise, dass Season 4 ein absoluter Erfolg ist. Und das ist natürlich trotzdem erstmal nur die Vorbereitung. Das Add-on wird natürlich dann auch was Spielerschaft betrifft alles in Schatten stellen. Aber das Wichtige ist, die Leute spielen länger als eine Woche. Und das ist genau das, was Season 4 ausmacht. Was ich auch am Anfang gesagt habe. Hier, es gibt jetzt endlich Glücksmomente, die einen bei Stange halten. Man hat das Gefühl, hinter der nächsten Ecke lauert das 3 Greater Affix Item. Man hat neue Builds zum Probieren. Das hat man natürlich in jeder Season. Wobei auch das in manchen Seasons nicht gut war, wie in Season 3. Da gab es eigentlich kaum neue Builds außer Ansturm. Mir fällt eigentlich gerade gar keiner ein außer Ansturm, der wirklich richtig neu dazukam. Aber in Season 4 sind eben viele neue Sachen dazugekommen. Und da geht natürlich noch viel mehr. Also Season 4 ist ja noch weitaus nicht perfekt. Gerade was Balance betrifft und die Pit-Bosse und Tampering. Und trotz all der Makel, die sie noch hat. Und eine fehlende richtige Season-Mechanik. Und trotz allem sprechen die Zahlen für sich. Und es ist jetzt in dieser Version trotzdem ein voller Erfolg. Und ich bin gespannt. Das wird jetzt trotzdem demnächst irgendwann weiter sinken und sinken. So ist das nun mal. Aber ich bin gespannt, wie lange das jetzt wirklich noch auf diesem Niveau bleibt. Und ich werde natürlich den Juni auf jeden Fall noch richtig viel Spaß haben. Und im Juli gucken wir dann mal. Die nächste Season 5 soll ja dann aber auch rein theoretisch schon Anfang August starten. Also so eine lange Pause ist dann auch gar nicht schon wieder zu Season 5. Ich hoffe, dass euch das auch mal so ein bisschen interessiert hat. Ich bin da ja gerade, weil das ja auch jetzt mein Beruf ist, da schaue ich immer ganz gerne auf solche Zahlen. Und weil ich auch einfach auf Zahlen stehe, auf Statistiken und sowas. Deswegen, ich verfolge das ja auch bei den anderen Spielen immer. Bei POE und selbst Diablo 3 und so gucke ich da mir die Stats an, obwohl ich es gar nicht zocke. Weil das einfach für mich spannend ist. Und Season 4 ist da jetzt auf jeden Fall die, die den neuen Maßstab gesetzt hat. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, Blizzard geht jetzt weiter den richtigen Weg. Aber das habe ich schon mal in Season 2 gehofft. Und dann hat Blizzard wieder den falschen Weg eingeschlagen. Denn dann kam das Abortrop Seer, was ein absoluter Mist war. Und Season 3, von der ich hohe Erwartungen hatte, war richtig ein großer Mist. Brauche ich jetzt gar nicht wieder drüber anfangen. Reden wir lieber über die Zukunft. Also Blizzard, bitte weiter so machen, wie jetzt mit Season 4. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Und damit beende ich das Video schon. Gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Also eure persönliche, wie euer Empfinden war. Wart ihr vorher skeptisch und seid jetzt doch begeistert? Oder wart ihr vorher auch schon begeistert? Und seid jetzt vielleicht aber nicht mehr begeistert während der Season? Also gerne einfach mal reinschreiben, wie ihr das jetzt alles so wahrgenommen habt. Denn ich weiß, diese News-Videos zu Season 4 damals, so vor einem Monat, wo das losging, oder sogar vor zwei. Da waren die Leute immer noch sehr gespalten, so in zwei gleich großen Lagern. So hat es sich für mich angefühlt. Von den einen, die eben das einfach immer noch gar nicht cool finden, was da passiert mit dem Spiel. Und viele, die aber dann auch tatsächlich gehypt waren. So, damit melde ich mich ab. Macht's gut. So, damit melde ich mich ab. 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 So, damit melde ich mich ab.